Man sollte auch erwähnen, wo was passiert ist und nicht, dass wir uns das noch raussuchen müssen und die GPS-Daten jetzt aufschlüsseln müssen. Und was passiert ist halt, ne? Ah, okay, das hab ich jetzt nicht ganz bedacht. Ja, das macht nie einer. Die Leute denken hier alle nicht so weit. Eine wunderschöne guten Tag, die Dame. Hallo, ich bin... Ich bin... Ich bin auch ich. Ich bin auch... Was? Ja. Was sind sie mit ich bin? Wie? Hallo, 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 hallo.